Hallo Frau Weber! Hallo Lisa! Schön, dass du gekommen bist und wieder auf Lars aufpassen kannst. Mich freut es auch. Ich habe Lars schon gefüttert, also ich gehe dann. Okay, tschüss! Tschüss! Komm Lars, wir gehen in dein Zimmer und dann spielen wir was Schönes. Das macht dir Spaß. Wenn deine Mama kommt, dann sage ich ihr wieder, dass du ganz schön brav warst. Du kannst aber schon toll krabbeln. Vielleicht versuchen wir es mal mit dem Laufen. Vielleicht kannst du ein bisschen laufen, wenn ich dich hebe. Toll, du kannst ja schon selber laufen. Komm zu mir, Lars. Da muss ich dich heute aber echt loben. Super machst du das. Du läufst schon richtig gut. Komm, vielleicht schaffst du es bis zum Bett. Und wenn du hinfällst, dann helfe ich dir. Super, Lars. Da wird sich deine Mama freuen. Hallo Frau Weber. Hallo Lisa. Der Kleine kann schon toll laufen. Echt? Schade, dass ich nicht dabei war. Ah, das machst du ja schon ganz toll, mein Kleiner. Ja, das hätten sie sehen müssen. Ja, wirklich süß. Er ist bis zum Bett gelaufen. Oben? Ja. Super. Er kriegt nicht genug vom Laufen. Ja, wenn er groß ist, dann wird er bestimmt ein Sportler. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Uh-uh.